Hallo, ich bin Marc Senges und arbeite bei Google Deutschland. Ich bin einer der Mitbegründer des Internet- und Gesellschafts-Collaboratory und heiße Sie herzlich auf dem YouTube-Kanal des Collaboratory willkommen. Das Collaboratory ist ein Think Tank und ein Internet-Politik-Labor, in dem Akteure aus Verbänden, Wissenschaft, Daten- und Verbraucherschutz sowie aus Internetunternehmen zusammenkommen, um gemeinsam an Themen und Fragestellungen rund um Internet und Gesellschaft zusammenzuarbeiten. Das Collaboratory wurde von Google Deutschland initiiert und arbeitet als unabhängige Plattform mit Experten zusammen und auf www.collaboratory.de könnt ihr mehr über die Arbeitsweise und die Ergebnisse des Collaboratory erfahren. Hier auf dem Collaboratory YouTube-Kanal möchten wir die Ergebnisse des Collaboratories mit euch diskutieren. In unserer ersten Initiative haben wir eine Umfrage zur Internetgesellschaft und Innovationskultur durchgeführt. Rund 530 Experten und Netzbürger haben ihre Positionen zu Themen wie dem sogenannten geistigen Eigentum, Privatheit, Datenschutz, Internet und Demokratie und viel mehr zusammengetragen. Dies ergab rund 2300 Statements, die wir gemeinsam auf die relevantesten und interessantesten Positionen rausgefiltert haben und diese dann mit den Politikern diskutiert und interpretiert haben. Den Bericht unserer ersten Initiative könnt ihr auf unserer Webseite runterladen. Hier auf diesem YouTube-Channel berichtet unser unabhängiger Medienpartner Politik Digital über die Arbeit und Ergebnisse des Collaboratory. Viel Spaß beim Browsen der Positionen unserer Experten, Politikern und natürlich von euch. Denn wir wollen eure Videoantworten und Kommentare auf der Seite zusammentragen und mit euch diskutieren. Bis zum nächsten Mal.